Besser gar nicht mehr Fußball spielen sollte hingegen dieser Kicker hier aus Malaysia. Zweite Liga, Kelantan gegen Perak FC. Keine Ahnung, was Perak Sunday Afolabi davor hat. Ein Tor hat er jedenfalls nicht erzielt. Es gibt nur Ecke. So ganz knusper scheint er vor der Ausführung aber nicht mehr zu sein. Sein Gegenspieler guckt sich die sinnfreie Tanzeinlage mit stoischer Gelassenheit an. Doch plötzlich... Wow, da fehlen selbst mir die Worte. Für mich definitiv Top-Favorit auf den Fall on the Floor 2022. Ja, der Arm des Gegners geht raus, aber dass er sich dann den Knöchel hält und dann noch den Neymar für Arme auspackt, wild. Gab übrigens zum Glück keinen Elfmeter. Ja, der Arm des Gegners geht. Ja, der Arm des Gegners geht. Vielen Dank.